Lungenentzündung gehabt das war schlimm schlimmste mit zweieinhalb wochen krank ich meine letzte grippe war aber auch zwei wochen glaube ich also vom ersten tag der halsschmerzen bis ich wieder gesund genug war um vollidiot erstmal jetzt hier weiter also ich hatte noch mega lange husten so aber sonst war das nach zwei wochen durch aber Lungenentzündung will ich auch nicht haben hier hat's angefangen nein nein ich dachte da rechts geht weiter wo ist denn hier die plattform da war ich auch schon ich muss hier irgendwie nach unten war ich hier noch nie doch oder das ist echt mies ohne karte das hier ist ja auch mies hier ist der anfang vom gebiet ich weiß gar nicht wozu man so viel geos in dem spiel kriegt wird halt nicht so viel so wertvoll wie seelen oder so so wo habe ich jetzt noch welche vergessen irgendwo wo ich durchgefallen bin hatte meine Lungenentzündung seitdem schiebe ich auch jedes mal Panik wenn ich husten habe wenn das bei mir so schlimm ist bin ich froh dass ich immer schlafen kann ja das finde ich auch gut also ich bin auch so einer der sich immer gesund schläft ich habe auch irgendwie zwei tage durchgepennt als ich die grippe hatte das ist auf jeden fall ein vorteil weil das ist auch eigentlich das einzige was man effektiv dagegen machen kann so ne oh wir sind durch wir haben alle finally hat echt noch nie so lange gedauert so die frage ist gehen wir jetzt weiter nach links oder in die ich habe mich schon entschieden während ich das gesagt habe hier war das nicht scheiße diese webstube oder wie die hieß hier wollte ich nicht hin machen wir erstmal die webstube auch wenn eine bank eigentlich ganz nice wäre wo ist sie denn gewesen scheiße ich brauche eine map wo ist conifer wenn man ihn braucht Obwohl, eigentlich muss ich mich ja nur auf eine Bank setzen, damit das jetzt nachgetragen wird, was ich hier noch gefunden habe. Aber ich finde keine Bank. Dann gehe ich halt doch erst hier hoch. Oh, war das dumm. Oh, war das dumm. Ich habe das immer, wenn ich nach oben gucke, dass ich... Das liegt über dem PS4-Controller. Was machst du denn da? Voll auf der Stelle gelaufen. Dass, wenn ich nach oben drücke, dass ich dabei immer in irgendeine andere Richtung noch mitdrücke. Was ist das denn hier? Was soll das? Okay. Wir führen Lichtwege irgendwo hin. Also da komme ich wohl wieder zurück, weil ich kann nicht... Wird man irgendwann auch noch immun gegen Stacheln? Das wäre ein bisschen OP. Okay, jetzt ist noch der Rückweg. Rückweg. Das heißt, hier muss jetzt eine Bank sein. Kann ich das so gut predikten? Oh, lol. Ich dachte, das wäre Gras. Ich habe keine Ahnung, warum ich denke, in einer Höhle wäre Gras. Aber du wirst, was ich meine. Okay, hier geht es nach links. Da oben scheint der Grünweg schon anzufangen. Warum ist es da grün? Seltsam. Alter, das ist ja mal voll Ghibli, oder? Maskenmacher. Trägt die Kreatur eine Maske oder ist es ihr Gesicht? In Highlands Nest kann es schwierig sein, das zu erkennen. Das stimmt. Das war's? Schämt, wenn man eines hat. Ein Gesicht. Nichts, mit dem wir alle gesegnet sind. Für die Gesichtslosen unseres Königreichs bin ich da. Also, habe ich noch ein Gesicht? Eine Maske, ein Gesicht. Braucht es eins? Tu das nicht, um zu formen, um zu konzentrieren, um zu existieren. Eine Maske, ein Gesicht. Achso, okay. Also, muss ich erst mein Gesicht verlieren, bis der Typ was mit mir anfangen kann. Tut mir leid, dass ich nicht das Gesicht habe, Bro. Und sonst gab's hier nix? Oh, das ist so schwer. Dann gehe ich jetzt nach links, weil ich finde ja die Webstube nicht wieder. Weil ich ein Noob bin. Was ist das? Was ist das? Noch schön reingelenkt. Oh, ich hasse dieses Gebiet. So sehr. Oh mein Gott. Ich komme jetzt einfach nur zum Boss und ich habe hier nicht mal eine Bank. Ah! Und die hören nicht auf, mich zu trollen. Ich denke mal, man hat einen Moment, in den Chat zu gucken. Ich will jetzt nicht den Boss machen. Gib mir doch vorher eine Bank. Oh, hier ist sogar eine Käferstation. Entferntes Dorf. Ja, das ist wirklich weit entfernt, das Dorf. Hier ist ein Fahrstuhl irgendwo. Aber ich darf da nicht hoch. Was? Da geht's rein? Leute, wenn ich... Ich will nicht... Wo komme ich an? Stirb bitte. Ach, nö. Oh nein. Jetzt bin ich komplett runtergefallen. Ich erkenne das mal auf mein Leben. Naja, muss ja auch erkundet werden, ne? Guck mal, hier ist einfach rein gar nichts. Aber hier ist eine Plattform. Warum kann man hier drauf stehen? Aber es ist so klein, dass wenn ich mich nach rechts drehe, doch... Oh mein Gott. Ich wollte doch nur eine Bank. Ach, nö. Oh mein Gott. Das ist der verdammte Typ von Jiros Reisels Zauberland. Ich wollte ihn nicht hauen. Komm wieder her. Oder ist das der Endboss? Dann habe ich Angst. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ich habe ihn einfach aus Reflex gehauen. Ich komme nochmal rein, ja? Ich komme nochmal rein. Hallo. Aber ich verstehe jetzt warum, weil ich weiß jetzt, wer der Boss ist. Es gibt doch diese japanische Sage von dem gesichtslosen... Gott. Gesichtlosen Gämon. Irgendwie sowas. Der Gesichter klaut und dann immer das Gesicht von anderen Leuten aufsetzt. War das nicht bei Avatar? Das sind meine Referenzen, by the way. Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich vorher gerne in die Webstube. Allgemein würde ich echt gerne wissen, wo ich jetzt wieder bin. Ah, hier, okay. Aha, aha. Probieren wir es nochmal? Oh, Leute. Probieren wir es nochmal? Ich will aber nicht gegen den Boss antreten, ohne eine Bank zu haben. Das werde ich nicht machen. Okay, hier oben geht es auch rein. Vielleicht ist da unten die Bank. Schwierig, schwierig. Okay, es ist einfach ein Kokon. Mhm. Gefällt mir gar nicht. Ihr müsst mir doch eine Bank geben, Leute. So fies könnt ihr nicht sein. Ja, hier ist bestimmt eine Bank drin, ne? Nein, die Bank ist kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Palim, palim. Was? Ach so, diese Karte, die du trägst, ist nicht für diese abscheuliche Maschine, die Bahn. Ich hoffe, du warst nicht, dieses grotesken Apparat zu besteigen. Nein, nein, nein. Ich benutze nur dich. Allein der Gedanke daran, eine bloße Maschine könne versuchen zu tun, was wir Hirschkäfer tun. Närrisch, so närrisch. Aha, aha, aha. Ja, dann gehe ich jetzt irgendwo hin, wo... ...ich... ...ne Bank habe. ...was auch sonst. So, jetzt können wir uns mal die Map angucken. Jetzt haben wir endlich die Map aktualisiert. Nice. Also wirklich nur noch der Endboss. Ja, warum machen die die Bank hier kaputt? Das verstehe ich nicht. Ach, der Fahrstuhl ist auch kaputt. Aha, jetzt hier hoch. Ups. Habt ihr Boss auf... Bock, Bock, auf Boss? Habt ihr Boss auf Bock? Ich hab irgendwie was Schrecklicheres erwartet. Hier ist einfach eine Bank. Die Mucke ist ja pervers. Nein, das war eine Falle. Oh mein Gott, ich... ...ich wollte auch noch mit denen reden. Hört auf, lass mich in Ruhe. Ja, nice. Bau der Bestie. Oh, man. Oh mein Gott, einfach reingelaufen. Oh mein Gott, einfach reingelaufen. Kann nicht schnell genug aufladen. Oh. Aham. So, hier war ich gerade. Toll. Okay, ist einfach nichts. Also klar. Einfach random. Die laufen einfach random rum, auch wenn ich nicht mal in der Nähe bin. Also das war cool. Ich hätte zwar gerne vorher noch mit denen geredet, aber das war schon... Die haben mich schon hart verarscht. So. Hier geht es nur noch hier hoch. Hä? Hier geht es nicht hoch. Hier geht es hoch. Ein Ei. Ich sehe da war eigentlich kein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Aua. Frage ist, was passiert, wenn ich hier drin sterbe? Oder dann beim Boss? Muss ich dann wieder komplett hier durch? Wo respawne ich? Ich meine, hier sind schon einige Shortcuts, aber... Drop Steam. Das ist doch auch eine Raupe. Da links ist sie. Ja, viel zu einfach. Voll geschenkt, die Raupe. Okay, hier geht's mehr weiter, glaube ich. Jetzt hier nach rechts. Obwohl, das hier ist der Rückweg. Das wird ein Shortcut, okay? Ich hasse es, ohne Map spielen zu müssen. Hm? 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 Bin ich hier falsch? Ist hier der Boss? Komm schon, gib mir eine Bank. Oder ist das? Ich weiß nicht, wie ist das, naja. Ich weiß nicht, wie ich das in der Zukunft kurvensterste Türke. Ich weiß nicht, wie wir fast die Raupe. Ich weiß nicht, wie man kann. Oder wir seben in der Gericht. Ich weiß nicht, wie ich bin. Aber ich weiß nicht, wie viel länger wird. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie... Nein, ich weiß nicht. Dann haben wir ins Bücher. Ich weiß nicht. Dann bin ich nicht älş Erik. Oder ist das der Boss? Hilfe! Egal wo ich ankomme, sind weirde Sachen. Hier geht's... Hier geht's... Oh, 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 oh. Ah, okay, die sind, die wurden auch alle getötet oder was? Oder waren das nur Attrappen von dem Maskenmann? Interessant. Naja, meine geliebte Bank ist da, dann können wir jetzt hier... ...entscheiden, ob wir jetzt das hier machen. Okay, vielleicht muss ich erst den Boss machen, bevor ich hier was machen kann. Okay, ich frage jetzt nochmal, seid ihr bereit für einen Boss? Diesmal auch wirklich... Ja, ne, das hab ich noch gar nicht aufgemacht. Okay, vielleicht geht das erst nach dem Boss. War doch hier oben, oder? Ja. Eine schlafende Gestalt liegt auf dem Steinsockel. Ich frage mich, ob ich von den Bossen... ...auch diese Essenzen kriege, weil dann würde ich diese hohe Zahl, die man an Essenz braucht, verstehen. ... So. Oha. Man wird in eine Traumwelt geportet. Sieht gar nicht so böse aus. Was war das für ein Viech, was mich da unten... Ich will dich nicht hauen. Gebunden für Brut für Kind. Muss ich dich hauen? Wach auf! Und jetzt mit dem Traubennagel... ...halte Fokus. Ich absorbiere ihn einfach. Ist kein Boss. Ich ziehe ihm einfach das Leben raus. So. Was hat gerade passiert? Das war's? Kein... ...kein... ...Soss Fight? Dieser Zeichenstil ist so unglaublich gut. Ja. Das sind gar keine Bosskämpfe. Oh, muss ich an dem vorbei? Okay. Okay. Also das muss ich nicht verstehen, oder? Hier geht immer noch nix. Wo sind denn die Maskendinger, die ich bisher habe? Weil ich hab ja nichts gekriegt, außer dass die Maske da weggegangen ist. Da, mit nem Pimpel. Tja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Blume. Hier fehlt zwar irgendwie noch ein Gebiet zwischen Grünweg und entferntes Dorf, also so eine Station. Aber die hab ich wohl einfach nicht freigeschaltet, oder sowas. Machen wir die Blume? Auch wenn wir nicht wissen wohin. Vielleicht sollte man erstmal das Grab finden und dann versuchen die Blume dahin zu bringen, ne? Irgendwas in der Nähe von Station der Königin oder des Königs? Der Königin, ne? Und dann irgendwas mit Garten der Königin? Was ja eigentlich eher hier ist. Da ist ein Kriegergrab. Vielleicht ist es das. Und dann auch noch irgendwas von Mantis. Also irgendwie passt da nichts von dem zusammen, von der Aussage der Frau. Die will, dass ich die Blume dahin bringe. Das ist ein bisschen weird. Gut, dann gehen wir jetzt in die Station der Königin. Genau das, was er gesagt hat. Ich geh jetzt aber auch nochmal kurz raus, das schöne Wetter genießen. Gut. Ich bin mal eben 5 Minuten auf K. yearnend. Y Г